ein wunderschönen guten morgen aus hamburg mein name ist carlos martin sie hören uns live aus dem traders club trading raum wir bereiten uns auf unserem morgendlichen dax trade vor nach einer pause jetzt ich war im schiurlaub in österreich sind wir wieder aktiv und wir sehen hier auf der rechten seite unseren ersten chart dax und wir sehen ich war eine woche nicht da und wir sind eine etage tiefer 15.000 direkt eine psychologische big number das ist die big number special one und damit steigen wir auch ein ins rennen mit der offiziellen big number 15.000 gehen auf unser erstes risiko und aktivieren das ganze und wo sind unsere heutigen ziel marken also wie ihr wisst ist erst einmal als zwischenziel ist die 50er zone interessant das wäre hier nach unten hin hätten wir genau die gleiche zone das wäre auch hier in dem bereich wo der kurs hinläuft danach wenn es heute zu einer erholung kommen sollte ja seht ihr liegen wir bei 15 1 liegt heute auch die erste support linie dann haben wir daily people bei 15 116 geht es weiter runter sehen wir heute 38 retracement liegt hier am gestrigen tagestief bei 14.888 so müsste das eigentlich gestern gewesen sein genau das ist das tagestief hier sehr schön zu sehen mit dem gelben verlauf wir sind jetzt genau in der mitte so ein wenig 15.000 07 würden belong in 14.992 short ab den zweiten trade gehen wir auf angepasst wo kommt die vola box rein das ist heute die frage und die kommt rein direkt bei dem niveau das heißt das wird eine big number trade sein aktuell schuldigung nicht bei 15.926 also ein wenig tiefer entschuldigung 14.926 zu 14.911 also es ist 8 uhr 42 erster trade ist erst einmal short ab den zweiten gehen wir auf angepasst das nur zur information 8 uhr 42 so und der erste trade ist in den gewinn auch 8 uhr 42 und damit für unser video tagebuch war es das wünsche euch allen einfach erfolgreichen handelstag wir machen im live training raum weiter und aktivieren die big number ein zweites mal